Herzlich willkommen zu OK54 nachgefragt. Derzeit stehen die Themen Nordumfahrung Trier und Mosel Aufstieg im Zentrum der politischen Diskussion in unserer Region. Seit die rot-grüne Landesregierung Beschlüsse gefasst hat und der Nordumfahrung und dem Mosel Aufstieg eine Absage erteilt hat, kocht es nicht nur in so manchen Politiker unserer Region, sondern auch in vielen Bürgern. Zu dieser Problematik haben wir den Landrat des Kreises Trier-Saarburg Günter Schatz zu uns ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen. Herr Schatz, in der Diskussion geht es um die Begriffe Nordumfahrung und im Mosel Aufstieg, um die Westtrasse und auch um den Lückenschluss der Eifel Autobahn A1. Können Sie die Begriffe mal kurz verständlich für unsere Zuschauer erklären? Ja, das ist zwar etwas schwierig, ich will es versuchen. Vielen Dank auch, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Beim Mosel Aufstieg geht es um eine Straßenführung, die geplant ist zwischen Konz über die Mosel hinweg, zwischen Igel und Zeven vorbei rauf zur A64, würde also irgendwo bei Trierweiler und Fusendich auf die A64 münden. Bei der Nordumfahrung geht es um eine Autobahn, um ein Autobahnteilstück, das beim Leinenhof in Schweich anfängt, dann westlich von Errang vorbei am Meulenwald und teilweise durch den Meulenwald vorbei, geht in Richtung Dicke Buche. Für diejenigen, die die Autobahn Trier-Luxemburg fahren, an der Stelle, wo die Autobahn nach rechts abknickt und runter nach Errang führt. Also dort käme diese Straße heraus. Bei der A1 geht es um ein Autobahnteilstück, das beginnt im Bereich von Dauen und geht dann durch die Eifel und endet bei Tonndorf im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, circa 30 Kilometer lang. Und bei der Westtrasse geht es um die Reaktivierung eines Bahnteilstückes, das zwischen Trier-Ehrang an Trier-West vorbei nach Igel führt. Und diese Strecke ist vorhanden. Sie wird nur im Moment für den Güterverkehr genutzt. Und das Ziel ist, sie auch für den öffentlichen Personennahverkehr, also für den Personenverkehr auf der Bahn zu nutzen. Dann gibt es noch einen weiteren Begriff und zwar den Bundesverkehrswegeplan. Den kennt mit Sicherheit auch nicht jeder. Jetzt bevor wir uns weiter mit der Problematik beschäftigen, worum handelt es sich da? Beim Bundesverkehrswegeplan geht es also um ein Konzept, das der Bund in gewissen Abständen erstellt, so im Zeitraum zwischen fünf und zehn Jahren. In diesem Bundesverkehrswegeplan wird festgelegt, welche Infrastrukturen, Bundesstraßen, Bundesautobahnen oder große Schienennetze oder auch Wasserstraßen innerhalb des Bundes ausgebaut werden, innerhalb der Bundesrepublik ausgebaut werden. Und da gibt es die Kategorisierungen, nämlich vordringlicher Bedarf und der sogenannte weitere Bedarf. Und die Diskussion hier ist im Moment, inwieweit diese Projekte, die eben skizziert worden sind, für den vordringlichen Bedarf angemeldet werden. Denn das ist wichtig, wenn sie in diesem Bedarf stehen. Dann darf einmal geplant werden. Dann stellt der Bund auch Mittel an die Länder zur Verfügung, um zu planen. Und insofern ist das ganz wichtig bei Straßen mit dem weiteren Bedarf. Da ist das im Prinzip eine Art Notiz, Zettel. Die stehen drauf, damit sie nicht vergessen werden, aber sind ansonsten nicht so wichtig. Ich habe eben schon in der Anmoderation gesagt, dass die Umfahrung und der Moselaufstieg ja nun von der rot-grünen Landesregierung eine Absage erhalten haben. Und in der Presse konnte man lesen, dass das bei Ihnen zu sehr viel Unverständnis geführt hat. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung? Ja, also sehr kritisch dazu. Vielleicht nochmal anknüpfend, damit man auch das Verfahren versteht. Die Bundesländer werden also vom Bund aufgefordert, wenn dieser Bundesverkehrswegeplan fortgeschrieben werden soll, Maßnahmen anzumelden. Und die Länder werden nachher, wenn die Projekte umgesetzt werden, verantwortlich, um das zu bauen. Der Bund hat keine eigene Straßenbaubehörde, sondern das machen die Länder. Insofern muss es immer zu diesem Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern kommen. Und jetzt hat es also die klare Entscheidung beim Land gegeben, den Moselaufstieg und die Nordumfahrung nicht für den Bundesverkehrswegeplan anzumelden. Damit kommen die überhaupt nicht in dieses System der Planung hinein. Und insofern ist da schon an einem sehr frühen Punkt das Ende gesetzt worden von Seiten der Landesregierung. Das regt uns natürlich in der Region Trier auf, weil wir jetzt bei dieser Entscheidung, wenn sie so bleibt, sehen, dass man mindestens in den nächsten zehn bis 15 Jahren keinerlei Fortschritt bei diesen Infrastrukturprojekten haben wird. Und das hat natürlich nachhaltige Folgen, über die wir sicher ja noch sprechen. Genau. Ihre erste Stellungnahme war nämlich das Zitat, dass Trier mit dieser Entscheidung auf ein Abstellgleis gestellt wird. Wie drastisch sehen Sie die Entscheidung? Ja, also die sehe ich sehr drastisch, ganz einfach vor dem Hintergrund der zeitlichen Dimensionen, die sich dann auftun, in denen nichts geschieht. Wir sehen in der Region Trier, gerade hier Kreis Tresabuck und Stadt Trier, natürlich auch die Wichtigkeit solcher Straßen wie Moselaufstieg und Nordumfahrung für die Anbindung der Region nach außen hin. Ja, auch speziell nach Luxemburg, wenn man sich den Moselaufstieg anschaut, der ja dazu dient, auch die Verbindungen in Richtung Luxemburg über die Autobahn zu verbessern oder auch in den gesamteuropäischen Raum. Da gehört sicher die A1 mit dazu. Das ist auch sehr gut, um das von vornherein zu sagen, dass man diese Straße anmeldet. Bei der Nordumfahrung kommt hinzu, dass man ja scheinbar dann akzeptiert auf Landesebene, dass also eine Autobahn, die irgendwo bei Marseille anfängt und oben an der Ostsee aufhört, in der Mitte einige Kilometer, ja wie auch immer ausgebaut sind, eher auf einem Kreisstraßencharakter für solche großen Verkehrsverbindungen und das hier bei uns vor Ort der Fall ist und das zu erheblichen Einschränkungen im Verkehrsfluss führt, zu Belastungen im Moseltal und auf Dauer kann man sagen, immer zu Problemen in der Gesamtverkehrsorganisation. Abstellgleis auch deswegen, weil das gesamte Anmeldeverfahren, so wie wir es jetzt hier erleben, für den Raum Trier, also für die Stadt Trier und den Kreis Dresaburg absolut keine Perspektiven haben, die dauerhaft zu einer Entlastung führen. Deswegen auch das Thema Abstellgleis. Hätte man Teile angemeldet, dann könnte man ja sagen, gut, man hat zumindest mal versucht eine Entlastung zu bringen, das hat man aber leider in Gänze nicht getan und deswegen sind wir auch schon auch aufgrund dieser Tatsache sehr verärgert. Nun gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen zum Einmal, dass es erhebliche Kosten sind und dass natürlich auch Belastungen für die Natur entstehen. Was setzen Sie dort entgegen? Ja gut, also bei den Kosten kann man eines sagen, Moselaufstieg liegt bei ca. 50 Millionen Euro Kosten. Die Nordumfahrung bei irgendwo um die 170 Millionen Euro. Das sind für sich genommen natürlich große Beträge. Sieht man das aber im Verhältnis zu anderen Straßenbaumaßnahmen in Deutschland oder zu anderen Infrastrukturprojekten, da sind das durchaus schulterbare Beträge. Insofern muss man das relativieren und jeder, der mal mit offenem Auge über deutsche Autobahnen fährt, beispielsweise in Baden-Württemberg oder Bayern oder auch im Norden oder auch in den neuen Bundesländern sieht, was da teilweise auch gebaut wird. Also ist es schon eine Frage, wie werden wir überhaupt auch in diesem Wettbewerb dann auch positioniert? Und man muss auch den Mehrwert sehen für die Volkswirtschaft, nämlich die Frage, welche Infrastruktur hält man vor? Wie erleichtert man der Wirtschaft und den Menschen in der Region ihr tägliches Leben? Pendler angefangen bis zu der Frage, wie können Unternehmen bei uns existieren? Sie brauchen Anbindungen, nicht nur über Internet oder Ähnliches. Und Sie können auch ein Unternehmen nicht darauf verweisen, dass es eine gute Zuganbindung hat. Das hilft sicherlich, aber das können Sie dem Handwerker in Trier nicht erzählen, dass er mit dem Zug nach Luxemburg fährt, um seine Arbeit zu machen oder Ähnliches. Wir haben das Problem auch im Wettbewerb zu anderen Regionen. Ich will das mal so sagen, wer nach Frankreich fährt und sieht, was im Moment dort gemacht wird. TGW-Ausbauten, Autobahnausbauten etc., die dort laufen. Oder wer sieht, wie die Luxemburger ihr Land anbinden, aber leider nur in andere Richtungen, weil sie in Deutschland eigentlich auch nicht gelassen werden. Ich will mal den Bogen so weit spannen. Dann sieht man schon, dass also auch ein volkswirtschaftlicher Mehrwert hier für den Raum Trier damit verbunden ist. Und wenn man natürlich nichts macht und sagt, das muss ich irgendwo regeln, dann hat man im Grunde auch diesen möglichen Mehrwert nicht abgeschöpft. Und ich vermute mal, dass diese volkswirtschaftliche Rechnung mal in zehn oder 15 Jahren aufgemacht wird. Dann sind wir möglicherweise nicht mehr in der Verantwortung. Ich will es mal so sagen. Aber die Bürger fragen uns ja, habt ihr dann die Zeit verpennt im Zusammenhang mit der Infrastruktur. Zu den naturschutzmäßigen Auswirkungen, da stelle ich einfach mal in die Bilanz ein. Ist es besser für den Naturschutz, wenn es Staus auf der A64 gibt, wenn es überall stockt und klemmt, wenn die Fahrzeiten deutlich länger sind, als sie sein müssten, also dadurch die Emissionen viel größer sind. Und ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, der heute Morgen die Fahrt auf dem Pacelli-Ufer in Trier erlebt hat von Konz. Ja, da habe ich gehört, zwei Kilometer Stau. Ja, riesiger Stau, lange Emissionen, viel Stillstand. Mit einer Murselbrücke zwischen Konz und Igel und mit einem Murselaufstieg könnte sich der Verkehr verteilen, das Nadelöhr wäre weg und dann wäre es gut. Das ist ähnlich wie beim Herzinfarkt. Ja, wenn eine Ader zu ist und es gibt keine Alternative, dann kommt der Kollaps. Und insofern sehen wir auch den Bereich der Alternative. Also man muss im Naturschutzbereich auch diese Frage hinten anstellen oder das vergleichen. Und man muss eines sehen, beispielsweise auch gerade bei der Nordumfahrung, da ist geplant, erhebliche Tunnelbaumaßnahmen durchzuführen. Ja, deswegen ist die Maßnahme auch so teuer, weil sie teilweise unter dem Meulenwald durchgeht. Und auch dort Beispiele aus anderen Regionen oder Teilen der Bundesrepublik, da gibt es technische Möglichkeiten. Und die führen in der Regel auch dazu, dass man hinterher sagen kann, also die Natur ist durchaus sogar noch der Gewinner bei diesen Projekten. Und es wehrt sich ja niemand dagegen, dass Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden, dass man kompensiert, dass man technisch anpasst. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und insofern ist das eher ein Totschlagsargument, aber es ist relativierbar, weil man es wirklich auch kompensieren kann und auch durch die anderen Entlastungen auf jeden Fall ausgleichen kann. Man merkt, da brodelt es richtig in Ihnen. Und Sie haben eben schon Alternativen angesprochen. Gibt es denn überhaupt verkehrsplanerische Alternativen, jetzt wo die Beschlüsse gefasst sind? Ja, gut. Also Alternativen. Ich will mal beim technischen anfangen, weil immer gesagt wird, das kann man doch so oder so bauen. Zum Moselaufstieg gibt es ein Linienbestimmungsverfahren. Damals wurden etliche Varianten untersucht. Von der Brücke bei Mertert angefangen bis verschiedene Aufstiege vom Moseltal zur Autobahn. Die Trierer haben die Anbindung der Konrad-Adenauer-Brücke untersucht. Und alle Untersuchungen sind zu dem Thema gekommen, der Moselaufstieg, wie er jetzt in der Planung war und auch ja schon mal fertig geplant gewesen ist und Baurecht bestanden hat. Das ist die beste Alternative, um die optimale Verkehrsführung zu erreichen und auch die Bürger im gesamten Moselbereich zu entlasten. Bei der Nordumfahrung ist es ähnlich und insofern gibt es diese rein technischen Alternativen. Jetzt kommt natürlich ja immer die Frage, das geht doch alles über den öffentlichen Personennahverkehr oder ähnliches mehr. Auch dort gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Auch wir vom Kreis haben selber eine gemacht. Das Land hat selbst mehrere gemacht. Und da ist eigentlich deutlich geworden, dass man es vielleicht schafft, beispielsweise in Richtung Luxemburg, den Pendleranteil von fünf Prozent. Das sind dann, sage ich mal, Runde tausend Pendler, wenn man den verdoppeln kann. Also das heißt, man nimmt dann von den 30.000 Pendlern aus dem Raum Trier, die nach Luxemburg fahren, vielleicht dann statt 1.000 2.000 auf die Schiene. Das heißt, es gibt keine signifikante Entlastung durch den öffentlichen Personennahverkehr. Natürlich wird man diesen nichts zu prüfen haben. Dann ist das okay. Und wenn wir bei den Alternativen sind, im letzten Sommer hatte ich dem Bundes-, dem Landesverkehrsminister, Herrn Leberns, den Vorschlag gemacht, über sogenannte Sofortmaßnahmen auch ein wenig den Raum zu entlasten. Dazu gehört der Bau der Bivertalbrücke, die Vierspurigkeit. Die Brücke ist etwas schmaler an der A64. Da fehlt bisher die Antwort. Dazu gehört die Frage, ob man an der A1 vor der Sauertalbrücke in der Höhe von Trierweiler-Sürzenich eine Ausfahrt einrichtet, um Verkehre aus dem Umfeld direkt auf die Autobahn leiten zu können. Das sollte untersucht werden. Wir haben kein Ergebnis. Und wir haben den Vorschlag gemacht, dann auch die Landesstraßen im Moseltal instand zu setzen, sodass auch als Pendlerstrecken ordentlich genutzt werden können. Ich selber komme aus von der Obermosel und kenne so manche Strecke. Und das sind katastrophale Zustände auf diesen Landesstraßen. Und da haben wir gesagt, gut, wenn ihr nicht so schnell vorwärts kommt, dann bitteschön setzt doch mal diese Landesstraßen instand, damit die Tausende von Fahrzeugen, die auf eher unbeergeordneten Straßen im Moment nach Luxemburg fahren, wenigstens eine vernünftige Fahrbahn haben. Auch das ist bis heute nicht beantwortet. Der Stadtrat und ihr Kreistag Trier-Saarburg hatten sich ja schon im Vorfeld auch zu den Fragen erklärt. Welche Haltung hat denn ihr Kreis da eingenommen? Ja, der Kreistag Trier-Saarburg ist sich bisher in diesem Thema sehr einig. Wir haben mit Ausnahme der Grünen immer gesagt, Moselaufstieg muss kommen. Nordumfahrung war die Meinung etwas differenzierter, aber im Ergebnis die gleiche, weil wir einfach bei uns diese Momente sehen. Wir haben ausdrücklich begrüßt auch das Gutachten des Landes, das im Koalitionsvertrag steht, wo man die Verkehrsbeziehungen in Trier-Luxemburg untersuchen wollte. Und was ich persönlich sehr bedauere, ist, dass das Gutachten angekündigt worden ist. Es ist umgesetzt worden. Es liegt augenscheinlich vor. Aber man hat jetzt schon, ohne das Gutachten abzuwarten, auch im Ergebnis, dann die Entscheidung jetzt so getroffen. Also man hat eigentlich die eigene Verfahrensweise zum Schluss nicht mehr ernst genommen. Und da fühlen wir uns schon etwas, ich will nicht sagen wie, aber das ist schon eine interessante Entwicklung, wenn man einerseits sagt, wir prüfen das gemeinsam, wir liefern Input, wir liefern Informationen und unterstützen das auch noch. Und dann hinterher gibt es dann also eine Klatsche, kann man sagen. Interessant ist auch zu bewerten, dass die Ministerpräsidentin Malu Dreyer ja nun aus Trier stammt und jetzt von einer ausgewogenen Entscheidung spricht. Trägt sie das auf? Das trägt mich schon ein bisschen auf. Ja, alle Dinge von Frau Dreyer in Ehren. Das Problem ist ausgewogen, ist es sicherlich für ihre Koalition. Jetzt will ich mal politisch sagen, man hat nämlich ein Problem, das in der Koalition lag, damit jetzt erledigt. Das mag soweit sein. Aber ausgewogen ist es nicht für die Region. Denn jetzt für mich als Landrat muss ich unterstreichen, dass 50.000 Einwohner im Kreis, nämlich der gesamte Raum Konz-Saarburg, keinen Autobahnanschluss haben, keine Perspektive für ÖPNV, für Straßenanbindungen und ähnliches. Und auch der gesamte Raum Moseltal, Schweich, Ken etc. an einer überlasteten Autobahn lebt, die keinen Lärmschutz nach heutigen Maßstäben hat und die jetzt schon an den Grenzen ihrer Kapazität ist. Und genauso ist es in den Regionen an der Mosel zwischen Trier und Luxemburg. Da haben wir eigentlich allen Ortslagen an der Bundesstraße auf der Igler Seite und auch auf der Seite Wasserlicht, Temmels, Wellen Verkehrsbelastungen von 20.000 Fahrzeugen auf diesen Bundesstraßen, die nach heutigem Stand der Technik überhaupt nicht mehr so ausgebaut wären, sondern da gäbe es Lärmschutz, da gäbe es Kompensation für die Menschen. Das wird alles auf deren Rücken ausgetragen, was jetzt da passiert. Sie haben ja gerade schon ein paar Punkte genannt. Was denken Sie noch, wie sich dieses Verkehrsaufkommen in Zukunft weiterentwickeln wird? Also nach den Prognosen wird es ja noch deutlich steigen und zwar auch über die Kapazitätsgrenzen. Das ist eigentlich auch klar. Eine Autobahn liegt bei ca. 60.000 Fahrzeugen. Also für den Raum Schweich geht man davon aus, dass es darüber liegen wird. Bei Bundesstraßen kommen wir stellenweise auch deutlich über 20.000 Fahrzeuge, die jetzt vielleicht noch nicht da sind. Und insofern sind das einfach Entwicklungen, die sind in ihrer Dimension so groß, dass sie auch mit öffentlichem Personennahverkehr voraussichtlich nicht kompensiert werden können. Und insofern steckt da noch einiges an Problemen drin. Im Übrigen wäre es auch ganz gut, wir würden noch intensiver unterstützt bei Park- und Reitkonzepten und ähnliches. Da sind wir ja gar nicht dagegen in diesem Zusammenhang. Aber auch da fehlt im Moment die Perspektive. Sehen Sie denn überhaupt noch eine Chance, das Projekt nochmal umzukehren? Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist ja immer wieder propagiert worden von der Ministerpräsidentin, auch vom Innenminister, also vom Infrastrukturminister Herrn Lewenz, dass man Transparenz haben will, dass man auch die Bevölkerung einbinden will. In anderen Bundesländern hat man das im Vorfeld der Meldung gemacht. Uns hat man jetzt darauf verwiesen, ich kenne das aus einer Anfrage, die gestellt worden ist im Landtag, darauf verwiesen, dass also der Bund jetzt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren machen wird zu den vorgeschlagenen Maßnahmen. Insofern wird es also nochmal eine Bürgerbeteiligung geben in diesem Bereich. Und da hoffe ich mir natürlich, dass wir die Gelegenheit haben, dann nochmal unsere Position deutlich zu machen. Man hat im Übrigen ja in Dauen bei der A1 darauf reagiert. Nachdem viele Unterschriften gekommen sind, hat man die entsprechenden Grundlagen geliefert. Und insofern sind wir auch darauf angewiesen, dass die Bevölkerung diesen Weg auch mit unterstützt, weil wir kurzfristig keine Perspektiven bieten können in der Politik jetzt aus der Region, sondern wir darauf angewiesen sind, dass also die Politik auch von den Bürgern unterstützt wird in dieser Richtung. Es ist auch für mich ein persönlicher Maßstab, ob uns das gelingt. Denn ansonsten müssen wir uns ja mal fragen, ob denn die Überlegungen, die wir bisher angestellt haben, die richtigen gewesen sind. Nur der Ärger jeden Tag, den die Menschen erleben, wenn sie irgendwo hier im Stau stehen, der, sage ich mal, bringt eigentlich andere Meinungen. Herr Schatz, ist es nicht ohnehin so, dass das Geld schon verloren ist, also wenn der Muselaufstieg jetzt nicht verwirklicht wird, dass es dann trotzdem schon weg ist? Also die Planungskosten sind dann weg. Das ist ein siebenstelliger Bereich und damit ist das dann passiert. Aber problematisch ist einfach, und das muss man differenzieren, die Kosten, die den Bürgern entstehen, die den Unternehmen entstehen. Die Kammern sind dort sehr engagiert, auch bei Berechnungsmodellen. Und es gibt eine ganze Reihe von Berechnungen, die auch deutlich machen, dass die Unternehmen, die lange in Trier im Stau stehen, weil sie keine Alternativen haben, auch die Menschen, die beispielsweise auch schwieriger nach Luxemburg kommen oder nach Trier hineinkommen, dadurch auch finanzielle Nachteile erleiden. Hinzu kommt auch die Frage für den Trierer Einzelhandel. Auch das liest man ja eigentlich jeden Tag in der Zeitung. Wie ist Trier erreichbar? Und wenn natürlich die Kundschaft im Stau steht, um nach Trier zu kommen, überlegt sie sich möglicherweise, wo geht es dann hin? Ich will da kein Horrorszenario aufmalen, aber das sind einfach Fakten. Die werden jetzt vielleicht nicht erkennbar, aber möglicherweise in einigen Jahren, wenn es andere Entwicklungen gibt, die wir vielleicht nicht mehr wollen. Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der Landes-CDU. Wie steht denn die zu der Problematik? Ja, die Landes-CDU steht in diesem Bereich auch sehr kritisch zu der Problematik. Das fängt an bei der Verfahrensweise, nämlich bei der Entscheidung ohne Einbindung der Öffentlichkeit und der Bürgerschaft. Wie gesagt, in anderen Ländern hat man das auch anders gemacht. Die ist deswegen begründet, weil man eigene Gutachten und Aussagen der Vergangenheit nicht mehr hören will, nicht mehr akzeptiert oder auch nicht abwartet. Und ansonsten weiß die Landes-CDU auch aus den Kontakten mit der Bundesebene, unter anderem mit dem Bundesverkehrsminister, dass man in Berlin auch auf manche Anmeldung gewartet hätte. Und gerade Bundesverkehrsminister Ramsauer hatte beim Spatenstich der Ortsumgierung Köhnen, ein Erfolgsprojekt kann man ja sagen, gesagt, bitteschön, meldet Moselaufstieg und Nordumfahrung an. Und dann werden wir auch handeln. Und dass man das auch tun kann, hat sich ja erst vor einigen Wochen bewiesen, als der Bund bei den Moselschleusen gehandelt hat, als es Druck gegeben hat aus verschiedenen Bereichen und die Initiativen da gewesen sind. Ich will damit sagen, wir unterstützen als Landes-CDU die ganzen Initiativen, die hier laufen, wohl wissend, dass man auch auf Bundesebene auf diese Dinge wartet. Die Würfel sind ja jetzt nun erstmal gefallen. Wie geht es aus Ihrer persönlichen Sicht jetzt in dieser Diskussion weiter? Ja gut, wir werden natürlich persönlich oder auch als Landrat werde ich beim Land nachfragen, wie die Gutachten jetzt aussehen. Also ich würde auch mal gerne wissen, gibt es möglicherweise in diesem Verkehrsgutachten Trier-Luxemburg die Aussage, man kommt ohne diese Straßen nicht zurecht. Das kann passieren. Wenn es anders aussehen würde, werden wir das natürlich auch hinterfragen und dann insofern sehen. Ich werde auch nochmal von meiner Seite diese Sofortmaßnahmenliste reklamieren, also zusätzliche Ausfahrt, Bivertalbrücke, Landestraßenausbau, Park- und Reitparkplätze, die Themen, die da sind und auch einmal fragen, welche Perspektiven man dann vom Land uns jetzt noch in dem Bereich gibt. Es ist immer wieder mal gespielt worden, Murselbrücke irgendwo bei Grevenmacher oder Mertert zur Entlastung. Was ist daraus geworden? Was ist mit der Nochtbrücke in Trier? All die Dinge, die ja auch aus der Region schon mal in die Diskussion eingespeist worden sind, um auch zu zeigen, dass man mitdenken will oder halt eben auch das eine oder andere Problem sieht, das würde mich wirklich interessieren. Herr Schatz, ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Ja, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, Ihnen danke ich, dass Sie auch wieder dabei waren und zugesehen haben. Diese Sendung finden Sie unter www.ok54.de slash mediathek und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.